Belebende Impulse und positive Signale, die DrinkTech 2009. Sie verleiht der Branche einen kräftigen Schub nach vorne und sorgt für Zuversicht und Investitionen, so die einstimmige Bilanz. Insgesamt kamen rund 60.000 Fachbesucher aus 170 Ländern nach München. Unter ihnen waren dieses Mal auffallend viele Top-Entscheider aus aller Welt. We do more – mit diesem Bekenntnis präsentierte sich die KRONES AG. Der Messestand spiegelte die Botschaft wider. Transparenz, Kompetenz, Innovation, höchste Produkt- und Servicequalität. Kurzum, eine gelebte, aktive Partnerschaft. Die erfrischende Leichtigkeit des Messestandes gab befreiten Raum für persönliche Gespräche. We do more – für KRONES ein klares Bekenntnis, Überzeugung und unternehmerische Leistung zugleich. Dieses beständige Mehr an Einsatz und Begeisterung beflügelt KRONES seit Unternehmensgründung vor mehr als 50 Jahren. Kosten sparende und nachhaltige Lösungen standen im Mittelpunkt. KRONES präsentierte unter anderem einen kompletten Nassteilblock. Der Ergo Block L – Streckblasen, Etikettieren und Füllen in einer Einheit. Ein hoher Wirkungsgrad bei optimiertem Materialfluss, ein verbessertes Bedienkonzept und niedrigerer Platzbedarf. Der Ergo Block L konzentriert sich ausschließlich auf die wertschöpfenden Funktionen, spart Energie und ist auch besonders gut geeignet zur Bearbeitung von Leichtgewichtbehältern. Die Revolution im Trockenteil, den Ergo Block D, konnte in Raubling bei Rosenheim in Aktion gesehen werden. KRONES erweiterte dieses Mal den Messestand und realisierte Inhouse-Touren, neben Raubling auch nach Freising und Neutraubling. Die Zeiten, in denen Flaschen einfach nur in Kisten gesteckt und auf Paletten gestapelt wurden, sind endgültig vorbei. Der Markt verlangt von der Primär- und Sekundärverpackung heute alles, was die Konsumenten sich vorstellen können. KRONES antwortet mit der VarioLine, die hochflexible Verpackungsstraße. Zunehmende Artikelvielfalt, kürzere Bestellzyklen, geringere Auftragsmengen pro Artikel. Die aktuellen Markttrends machen das Kommissionieren immer aufwendiger. KRONES bietet Lösungen, wie beispielsweise durch das automatische Kommissioniersystem EUP. Das Ergebnis? Ein optimaler Warenfluss bei maximaler Effizienz. Bei Software-Lösungen bietet KRONES IT-Lösungen, die auf alle Anforderungen in der individuellen Produktion perfekt vorbereitet sind. Manufacturing-Execution-Systeme machen Fertigungsabläufe transparenter und profitabler. KRONES bietet durchgängige IT- und MES-Komplettlösungen, die bis zu 30% mehr Wertschöpfung in der Fertigungsabläufe. Den Reinheitsgrad des Wassers selbst bestimmen. KRONES macht es möglich. Mit Hydronomik, einer Anlage zur Wasseraufbereitung. Denn schließlich ist die Qualität des verwendeten Wassers für den kompletten Prozess der Getränkeherstellung entscheidend. Optimale Lösungen für die Instandhaltung bietet KRONES Lifecycle Service. Von der anwenderorientierten Schulung über die zuverlässige Versorgung mit Hilfs- und Betriebsstoffen bis hin zur vorbeugenden Instandhaltung rund um alles, was im Produktionsalltag gebraucht wird. Durch die weltweite Präsenz bietet KRONES zuverlässigen Service. Für die im Unternehmen gelebte Nachhaltigkeit bekam KRONES am ersten Messetag gleich drei Auszeichnungen durch TÜV Süd. Zertifikate gab es für das integrierte Management-System IMS, den Nachhaltigkeitsbericht sowie das Nachhaltigkeitsprogramm Enviro. Die gelebte Partnerschaft und Kundennähe spiegelte sich auch im KRONES-Festzelt wieder. Bewirtung auf über 900 Plätzen und rund 2500 Essen täglich. Eine angenehme Stimmung, die durch Abendveranstaltungen mit täglich gut 700 Gästen ihren Ausklang fand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017